irgendwie bekommt kommt mir das sehr bekannt vor memory unit drama room oder unit das sieht aber nicht sehr real aus als wenn die erinnerung irgendwie so halbwegs zerstört gewinnen was ist das denn hier ganz komisch komme ich hier rüber nein anscheinend muss ich hier rüber springen da bin ich jetzt irgendwie im computer oder memory interessanter raum cool fragezeichen ich habe ein neues spiel ein besonderes spiel nur für dich willst du eine privatstunde madame hat so warte 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 sens 3 so sollte ja wohl ein bisschen flotter gehen spielen wir noch einmal so warte 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 ihr haltet ja glaube ich nicht so viel aus aber die spawnt immer mehr leute ok warte das bedeutet für mich äh die war das die logikbombe ich hoffe es war die logikbombe und schau so na komm schon so einfach kriegst du mich nicht nicht? ich dachte spawnt hier jetzt wirklich unendlich Viecher? das kann doch auch nicht Sinn davon sein, oder? nein so einfach geht's nicht so der ist weg machen wir es halt mal so so und warte sens 3 aktiviert und weiter geht's das schaffst du nicht wie? was? jetzt stirb doch ich versteh grad einfach nicht wieso sollte bekämpfe nicht die Lust mich anzubeten äh doch aber die Lust existiert gar nicht von daher kann ich dich auch direkt angreifen äh ich versteh's nur nicht ich versteh's einfach nicht kann ich auch mal das sensendos mal ausprobieren zack vielleicht hilft das hier ein bisschen oh cool wo ist die? ach da na du liebe und weg ist sie wieder okay also wir müssen das sensendos verwenden hab ich gehört ich werde erst einmal mir ein bisschen Leben sammeln so jetzt mit den Kombos rumspielen das schaffst du nicht wie? naja komm so nee nee ich muss nur noch 140 Sekunden warten und dann kann ich dich wieder runterholen so einfach geht's nicht so und dann nehmen wir erst einmal nee rost den Frieden nicht sondern die Sensen Rassai die bekommen wir sowieso wieder bis sie wieder hier ist dann haben wir es erstmal wieder ein bisschen freier so sehr schön bekämpfe nicht die Lust mich anzuweben ach komm halt die Fresse so who's next you are next man muss halt wirklich aufpassen dass hier nicht zu viele Leute spawnen sonst wird's nämlich glaube ich echt schwierig aber so geht's ja wirklich noch einigermaßen schön dich wieder zu sehen so zum Glück seid ihr so schwach meine lieben Martin und ganze 49 Sekunden noch was äh 94 das ist mir noch ein bisschen viel doch 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 aber guck dir mal den Lebensbalken an den die hat da muss ich echt noch einiges machen vor allem die hat noch eine zweite Phase und ich habe keine Ahnung was da noch auf mich zukommt ich hoffe dass da kommt da irgendwie so noch so ein Roboter kommt und der dann noch die Leute zerstört oder was auch immer aber ich denke mal dann kommen wieder mehr und dann habe ich wieder keine Sache äh das Ende von Hasai kurz aktivieren dann seid ihr ein bisschen weniger sehr schön so einfach kriegst du mich nicht verwenden sie ja würde ich ja gerne aber das lädt sich so langsam auf na das war doch fast da nicht wieder zu sehen ja so Moment 13 Sekunden noch so erstmal wieder kurz Leben auftanken so sehr schön so 3 2 1 und sensendos na wie geht's genug davon du besiegst mich nicht ähm was passiert jetzt sie ist doch noch lange nicht in ihrer zweiten Phase hä I don't understand hä ist die jetzt doch schon in ihrer zweiten Phase das ist irgendwie nicht unbedingt toll nein so einfach geht's nicht hä doch eigentlich schon aber ich verstehe den Sinn nicht ach jetzt ist es wieder normal Kombo ja das schaffst du nicht wie so warte aktivieren wir mal wieder die Sensenraserei und knallen euch mal wieder was rein plönk 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 sehr schön und mal wieder anzugreifen meinste aber die Lust die gefällt mir so das kann noch lange dauern und du hast auch keine Sprüche mehr auf Lager so wie es aussieht so mein Lieber wie geht's sorgen sie das nicht gleich zeitig macht ist ja alles in Ordnung so dann könnte ich ja mal wieder die Logikbombe verwenden Logikbombe hab ich gesagt so na wie fandest du das ja so einfach tolle Wirbelstürme machen mir überhaupt nichts aus ich muss nur noch 45 Sekunden warten und du bist wieder auf dem Boden der Tatsachen nope so wo ist der nächste Klopper da ist er ich werde natürlich jetzt noch nichts anwenden versuche ich gleich mal alles für sie aufzusparen so 19 Sekunden noch das sah ich ja wohl aus so einfach kriegst du mich nicht zack 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 ja nup kriegst mich nicht acht sieben sechs ouch fünf vier drei zwei eins und sensen los warte 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 sensen raserei und noch ein bisschen schlagen so jetzt bekommt sie mal ein bisschen Schaden das war doch gut so muss ich das also gleich auf jeden Fall nochmal machen dann hat sie endlich die ihre zweite Phase erst erreicht ich weiß nicht wie lange normalerweise so ein Bossfight dauert in dem Fall ich weiß nicht ob ihr überhaupt diese verschissene Leertaste drückt hört die ich die ganze zeit drücke da kommt wieder einer guten tag ist der nikolaus der ist weg das schaffst du nicht wie doch eigentlich ganz gut dauert bald nur könnt ja schon mal vorspulen das kann noch ein bisschen dauern vor allem wenn ich jetzt die verkacke dann bin ich untröstlich und werde auf jeden Fall erst mal eine Aufnahmepause einlegen nein so einfach ging's nicht ne leider nicht und ich darf auch nicht runterfallen oder sowas aber bisher ging's ja einigermaßen gut so 100 Sekunden natürlich noch ja so nächste Runde das schaffst du nicht wie? na da warten wir erst mal kurz noch bis ein paar mehr Leute gespawnt sind und können dann ja mal nochmal hier kurz unsere Sensenrasse anwenden und let's go wieder ein paar ausschalten weil mir gefällt diese andere Phase auf jeden Fall besser auch wenn jemand da kein Leben zu gewinnen kann so na komm weg damit da muss man ja wirklich nur hüpfen zack rüber zack einfach irgendwie ausweichen finde ich jetzt ist nicht der beste Bosskampf oh wow das war eng mal gucken was du jetzt gleich noch zu bieten hast meine liebe madame in 45 Sekunden so einfach geht's nicht ja würde ich ja gerne aber das Sensen-Doss ist noch nicht vorhanden Autsch ach jetzt seid auch noch da fickt euch doch ins Knie so einfach kriegst du mich nicht na komm 22 Sekunden halte ich ja wohl noch aus so die Phase ist sehr viel einfacher meine Liebe ich hab nämlich Power bis uns unendliche und da kriegst du mich auf jeden Fall nicht weg 4 3 2 1 und Sensen-Doss und Sensen-Rasserei noch aktivieren und so meine Liebe na das war doch mal schön oder